Hallo, ich bin Hans-Peter Zimmermann, Privatpilot für Helikopter und Flächenflugzeuge. Unser heutiger Fall liegt ein paar Jahre zurück. Er ist im November 2007 passiert und er gibt mir Gelegenheit, auf zwei wichtige Probleme hinzuweisen. Das eine ist die sogenannte Manövergeschwindigkeit und das zweite ist der Fluglehrermangel und seine Auswirkung auf die Flugsicherheit. Meine heutige Vorbemerkung bezieht sich ebenfalls auf die Fliegerei, aber zum Teil auch auf eine allgemeine Lebenshaltung, die in gewissen Kreisen in den letzten Jahren um sich gegriffen hat. Zwei oder drei Kommentatoren haben sich darüber beklagt, dass ich im letzten Video den Piloten als liederlich bezeichnet habe. Ich hätte auch sagen können, sein Verhalten war liederlich. Vielleicht wäre das ein bisschen besser angekommen. Die Kommentatoren sagen, das würde der allgemeinen Fehlerkultur, die überall in der Aviatik angestrebt wird, nicht förderlich sein. Leute, ihr müsst unterscheiden lernen zwischen einem Missgeschick und einem gravierenden Fehler, der nicht passieren darf. Missgeschicke passieren, das ist richtig. Wenn ich zum Beispiel eine harte Landung hatte, vielleicht wegen einer Windböe, die ich nicht erwartet habe, dann muss ich meinem Flugverein oder meiner Fluggruppe mitteilen können, Leute, ich hatte eine harte Landung, bitte lasst das Flugzeug untersuchen, bevor andere es benutzen. Die Motorfluggruppe Zürich hat im Moment gerade so einen Fall, wo man bei der 200-Stunden-Kontrolle festgestellt hat, das Flugzeug müssen wir abschreiben. Es war vom Rahmen her, es war alles dermassen verstellt, dass es ein grosses Risiko gewesen wäre, mit diesem Flugzeug weiter zu fliegen. Einem Piloten ist offensichtlich ein Missgeschick passiert, aber er hat daraus einen gravierenden Fehler gemacht, weil er es nicht gesagt hat und damit die Piloten, die das Flugzeug nachher gemietet haben, nicht geschützt hat. Ein anderes Beispiel für ein Missgeschick, das man unbedingt mitteilen können sollte, ohne Sanktionen, ist, wenn man zum Beispiel das Flugzeug auftankt und man hat vielleicht irrtümlich das Flugzeug ein bisschen zu nah an der Tankstelle getankt und die haben manchmal so Flügeltüren und jetzt hat eine Windböe so eine Tür an die Cockpit-Haube gehauen und da ist ein Riss entstanden. Da muss ich meiner Fluggruppe oder dem Technikchef sagen können, du, ist mir ein Fehler passiert oder ein Missgeschick passiert, könnt ihr das bitte kontrollieren, ob das sicherheitsrelevant ist. Und ich würde natürlich sagen, und selbstverständlich komme ich für die Kosten auf. In den letzten beiden Videos kamen zwei Piloten vor, die unverantwortlich gehandelt haben. Zu tief in ein Seitental hineinfliegen, wenn ein Blick auf die Luftfahrtkarte genügen würde, um zu wissen, wie hoch der Pass ist, über den man will, und wenn ein Blick in die Steigleistungstabelle genügen würde, um zu merken, wie man steigen muss, damit da kein Unfall passiert. Und beim zweiten, sein Flugzeug nicht zu kennen, nicht zu wissen, was die Strömungsabrissgeschwindigkeit ist, die Geschwindigkeit, die man beim Steigen auf keinen Fall unterschreiten darf, das ist fahrlässig, liderlich, unverantwortlich und nicht einfach ein Missgeschick. Immer wieder höre ich auch das Argument, man müsse Rücksicht nehmen auf die Angehörigen. Ja, erstens mal haben denn die Piloten auch Rücksicht genommen auf die Angehörigen und sollen jetzt die Untersuchungsbehörden, wenn was passiert ist, einfach sagen, ja, es ist da was passiert, aber wir wollen nicht so genau hinschauen, weil es könnte sein, dass der Pilot nicht so gut wegkommt. Ja, wir nehmen Rücksicht auf die Angehörigen. Wenn wir so denken würden, dann würde die Fliegerei immer unsicherer. Und die zweite Bemerkung dazu, diese Leute, diese Angehörigen, die müssen ja nicht haften für die Schuld dieser Piloten, nur weil sie verwandt sind. Und sie möchten übrigens genauso wissen wie wir, was da genau passiert ist. Wenn mein Vater Pilot gewesen wäre und die Schuld am Tod von mehreren Menschen auf sich geladen hätte, dann würde ich ihn doch nicht in Grund und Boden verdammen. Ich würde mir vorstellen, dass ich zu ihm sage, Vati, das, was du getan hast, das lasse ich bei dir. Ich achte dein Schicksal. Du hast immer einen Platz in meinem Herzen als der Mann, der das Leben an mich weitergegeben hat. Du hast vieles richtig gemacht. Bitte betrachtet auch den heutigen Fall unter diesem Gesichtspunkt. Robert William Davy, 29 Jahre alt und Vater von drei Kindern, war extrem beliebt. Einige seiner Kollegen bezeichneten ihn als den besten Piloten, den sie je gekannt hätten. Und gerade deshalb ist das, was er sich am 15. November 2007 geleistet hat, kein Missgeschick, sondern ein absolutes No-Go. Das Flugzeug, eine Piper PA 28R 200, also eine Arrow 2, wobei das R für Retractable Gear steht, also Einziehfahrwerk. Die Arrow 2 in meinem Flugsimulator hat leider kein Einziehfahrwerk, ich verwende deswegen eine Piper Warrior 3. Der Fluglehrer Robert Davy plante einen Überlandflug von 132 nautischen Meilen Länge, etwa 250 Kilometer. Auf dem linken Sitz ein 19-jähriger italienischer Pilot namens Luca Visani aus Cesena. Nach meinen Recherchen war es sein Ziel, Militärpilot zu werden und er weilte in den USA, um vor allem seine Englischkenntnisse aufzubessern. Auf dem Rücksitz ein zweiter Italiener namens Andrea Venturini. Er stammte aus Mantova und wollte in den USA seine Privatpilotenlizenz erwerben. Seine Fluglehrerin hatte ihm empfohlen, auf diesem Cross-Country-Flug mitzufliegen, vor allem um den Funkverkehr mitzuhören und etwas mehr Routine im Beherrschen der Voice zu bekommen. Um 13.48 Uhr hob die Piper mit der Immatrikulation November 55307 vom Flughafen Arlington, Texas ab. Ziel war der knapp 250 Kilometer entfernte, im Westen liegende Flugplatz Abilene, der ebenfalls in Texas liegt. Also hier hätten die drei nach einem problemlosen Flug ankommen sollen. Was danach geschah, wissen wir von Radaraufzeichnungen und Zeugenaussagen. Es kam zu fünf Manövern, bei denen immer wieder die sogenannte Maneuvering Speed, also die Manövergeschwindigkeit, überschritten wurde. Für die Laien folgt hier die Erklärung. Das hier ist ein typischer Airspeed-Indicator, also ein Geschwindigkeitsmesser. Die haben in der Regel einen grün markierten Bereich. Das ist der Bereich, in dem das Fliegen möglich ist und auch etwas abruptere Manöver ausgeführt werden dürfen. Der weisse Bereich ist übrigens der Bereich, in dem mit Klappen operiert werden darf. Ganz nebenbei, hier dieser Bereich, wo nur Weiss zu sehen ist und kein Grün, ist der Bereich, wo mit Klappen geflogen werden kann, aber eben nur mit Klappen. Wenn ich in diesem Bereich die Klappen einfahre, dann reisst die Strömung ab und ich stürze ab. Das ist das, was im letzten Video passiert ist, wo der Pilot trotz Jetlag geflogen ist. Und bitte hört auf mit dieser Jetlag-Diskussion. Natürlich sind Berufspiloten, Airline-Piloten, wenn sie über See fliegen, immer mal wieder im Jetlag. Aber sie sind immerhin mindestens zu zweit im Cockpit und in der Regel haben sie ja sogar eine zweite Crew. Sie können sich also abwechseln und sie können sich gegenseitig überprüfen. Also man sagt, es gibt eine gewisse Redundanz. Das hat der einzelne Privatpilot nicht. Jetzt haben wir hier einen gelben Bereich. Der Beginn des gelben Bereichs ist die sogenannte Maneuvering Speed. In diesem gelben Bereich können wir fliegen, aber wir dürfen keine abrupten Manöver ausführen, sonst bricht das Flugzeug auseinander. Bei starken Windböen zum Beispiel sollten wir niemals in diesem gelben Bereich fliegen. Hier diese rote Markierung ist dann die sogenannte VNI, Never Exceed Airspeed. Wenn wir die überschreiten, kommt es auch ohne abrupte Manöver zum In-Flight-Breakup. Das ist die Radaraufzeichnung der fünf Manöver, die der Fluglehrer durchgeführt hat. Beim letzten Manöver stieg er auf 11.800 Fuss und senkte dann die Nase, um auf 134 Knoten zu beschleunigen. Die Manövergeschwindigkeit der Arrow 2 liegt aber gemäss Bericht bei 116 Knoten. Bei diesem schönen Wetter und dem harmlosen Wind wäre das Fliegen in diesem Geschwindigkeitsbereich immer noch okay. Das Problem entsteht nur, wenn man diesen Sinkflug jetzt mit einem starken Zug am Yoke unterbricht. Und genau das ist passiert. Teile des Flugzeugs brachen ab und die Piper stürzte in der Nähe des Flugfeldes Ranger Texas ab. Wie konnte es so weit kommen, dass dieser beliebte Pilot, der von vielen als der beste Pilot aller Zeiten bezeichnet wurde, sich so verantwortungslos verhielt? Robert Davy erwarb seine Privatpilotenlizenz am 22. Januar 2004 mit 56 Flugstunden. Sein nächster Flug fand erst drei Jahre später statt, am 28. Februar 2007. Bereits im Juli 2007 bekam er das Zertifikat für mehrmotorige Flugzeuge und Instrumentenflug. Nur zwei Tage später wurde er Fluglehrer auf diesen Kategorien. In den letzten 90 Tagen vor dem Unfall war er 307 Stunden geflogen, in den letzten 30 Tagen 60 Stunden. Man kann also in diesem Fall ganz sicher nicht von mangelnder Erfahrung sprechen. Aber es gibt ein anderes Problem bei dieser Express-Ausbildung. Viele Privatpiloten streben ja eine Karriere als Airline-Pilot an und müssen dafür Stunden sammeln. Und das Einfachste ist, wenn man das als Fluglehrer tut. Da kostet das Fliegen nichts, im Gegenteil, es gibt sogar noch Geld dafür. Wenn man das aber tut, dann sollte man in der Zeit, wo man Fluglehrer ist, das wirklich auch gerne tun und zu 100% und mit Herzblut. Wenn man diesen Job nur macht, weil man muss, dann wird einem wahrscheinlich schnell langweilig und dann wird man plötzlich nachlässig. So geschehen bei unserem Unfallpiloten. Er war bekannt dafür, dass er mit nicht-akrofähigen Maschinen der Flugschule Akromanöver durchführte. Eine Fluglehrerkollegin von Robert Davy sagte aus, sie sei oft mit ihm geflogen und habe sich immer sehr sicher gefühlt. Er habe ihr aber erzählt, dass er öfter seinen Flugschülern das Trudeln demonstrieren würde. Sie fand das nicht so gut. Sie sagte, das sei für den Privatpiloten ja nicht erforderlich. Und im Übrigen seien viele ihrer Schulflugzeuge gar nicht zugelassen für Trudeln. Ihren Flugschüler Andrea Venturini schickte sie trotzdem mit auf diesen Trip. Sie sagte aber zu Robert, zum Fluglehrer, er soll dann bitte keinen Funny Stuff, frei übersetzt keinen Blödsinn machen, wenn ihr Flugschüler an Bord sei, weil sie sich Sorgen machte, dass er sich da schlechte Gewohnheiten antrainiere. Ihr war auch zu Ohren gekommen, dass Robert Davy mit einem nicht-akrofähigen Flugzeug eine sogenannte Fassrolle vollführt habe. Ein anderer Fluglehrer gab zu Protokoll, Robert Davy sei der beste Pilot gewesen, mit dem er je geflogen sei. Gleichzeitig gab er zu Protokoll, dass Robert ihm erzählt habe, er habe eine gerissene Rolle vollführt. Wie gesagt, immer mit den Schulflugzeugen, die nicht für Kunstflug zugelassen waren. Er habe ihm gesagt, dass er das nicht gut finde und er sei davon ausgegangen, dass er damit aufgehört habe. Andrea Venturini, der bei diesem Unglücksflug auf dem Rücksitz sass, hatte am 7. November nicht ohne Stolz eine E-Mail an Freunde in Italien geschickt. Mit unter anderem folgendem Wortlaut. Gestern flog ich als Passagier mit einem grössenwahnsinnigen Fluglehrer. Er übernahm das Steuer und machte ohne Vorwarnung zwei Spins. Ich wäre fast aus meinem Sitz geflogen, denn ich hatte die Gurte nicht festgezurrt. Niemand hatte vorher darüber gesprochen, dass wir Kunstflug machen, aber es hat einen riesen Spass gemacht. Eine Woche später war der Spass vorbei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017